ARD Text im Auftrag von Funk Die beste Gitarristin für deine Band ist Inge Inge? Ja, sie ist die talentierteste Gitarrenschülerin, die ich je hatte Mann, ist der eng Da kann ich mich ja nicht im Grab umdrehen, wenn der wieder Scheiße baut Herb, Inge ist die krasseste Streberin Ne Öko-Flunze, Spaßbremse, die geht sowas von gar nicht Der ist auch Mist